Stellt euch vor, man geht auf einen Flohmarkt, der ist gigantisch. Der ist richtig schön groß, sehr viel Trödel und echt eine ganze Menge interessante Sachen zu sehen. Ja, und das Einzige, was man findet und mitnimmt, ist für 50 Cent eine Packung Kerzen für Weihnachten. Ja, so ging es nicht mir, sondern einem Kumpel. Was ich gefunden habe, seht ihr gleich. Das, was ich erzählt habe, war beim Flohmarkt letzte Woche, wo ein Freund uns begleitet hat. Der hat wirklich nur eine Packung Kerzen mitgenommen. Ihr habt gesehen letzte Woche, dass wir doch einiges gefunden haben. Und ja, jetzt war es wieder mehr als wir gedacht haben. Fast fünf Stunden auch wieder rumgelaufen und einiges schöne Sachen gefunden. Und auch überraschende Sachen, weil man hat es nicht gedacht, dass man doch wieder so viel findet. Eigentlich denkt man immer, man müsste nur ein bisschen finden. Man kennt die Händler. Es ist ein Flohmarkt, wo man viermal im Jahr drauf geht. Und doch gibt es immer wieder Sachen zu entdecken und zu finden. Auch bei den Leuten, denen man ja schon oft genug da begegnet ist. So, ich habe es ein bisschen wieder nach Kategorien sortiert. Film, Games und so weiter, Bücher, alles zusammengepackt. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, ungefähr die Preise zu nennen. Aber ich versuche es so gut ich kann. Und den Anfang machen wir jetzt ein paar Bücher. Ich fange mit dem Comic an. Ein lustiges Taschenbuch, so ein Phantomias Sonderband Nummer 10. Damit fange ich jetzt an. Ja, der hat so, ich glaube, 1,50 Euro gekostet. Für 2,50 Euro ein bisschen teurer. Aber mit diesem Manga, Attack on Titan, No Regrets Nummer 2, der fehlte mir noch. Und ja, da habe ich jetzt auch nichts auszusetzen gesagt. Auch weil es Bücher ist, hat es was mit Games zu tun. Ihr werdet euch wundern, denn im letzten Video habe ich euch die auch gezeigt. Und diesmal, ja, ich konnte sie eigentlich nicht liegen lassen. Sind gelesen. Und ich habe hier nochmal Assassin's Creed, The Last Descendants, das Grab des Kahn als Buch. Und Last Descendant, Aufstand in New York. Ist auch gelesen. Aber die Bücher gab es zusammen für 3 Euro. Also hier 1,50 Euro. Da habe ich gesagt, nehme ich mit. Und es gibt genug Freunde von mir, die Assassin's Creed Fans sind. Die werden sich freuen. Dann habe ich was zu tauschen. Ja, und was zu tauschen jetzt nicht. Aber etwas Nostalgisches von 1987. Eigentlich, weil ich es einfach durchgesehen habe. Eine Mickey Mouse habe ich mitgenommen. Und das Besondere ist, hier ist noch drin dieses schöne Poster. So ein Retro-Poster. Ihr könnt sehen, das sind ja eigentlich die Kofi, Donald und Pluto auf dem Cover. Aber ich fand das so toll irgendwo. Und ich erinnere mich eben halt an meine Kindheit, 87. Da war ich, was muss ich rechnen, 13. 13 war ich. Und das ist eine der Mickey Mäuse, die ich hatte. Und ich dachte mir auch, für 50 Cent nehme ich gerne mal mit. Warum nicht? Man muss auch mal was anderes nehmen. Ja, weiter geht es. Für 2 Euro habe ich mitgenommen. Als 3-Frage-Zeichen-Fan. Ihr kennt es ja. Die Schweigende Grotte. Hatte ich noch nicht. Das ist eine der aktuelleren Hörspiele. Und ich vergleiche ja ganz gerne, wenn ich die passenden Hörbücher dazu finde. Und ich lese immer zwischendurch die Bücher. Ja, also die 3-Frage-Zeichen- und die Schweigende Grotte musste auch sein. Dann gab es ein schönes Comic. Und zwar aus dem Panini-Verlag. So im Schuber. So ein bisschen im Seitenformat. World of Warcraft. Die Perle von Pandaria. So ganz schön. Und jetzt greife ich auch schon wieder ein bisschen Games. Es vermischt sich heute so ein bisschen das Ganze. Wir haben dann so einen Trödelhändler gefunden, der Haushaltsauflösung wo gemacht hat. Da war eine Kiste mit Büchern, mit Games. Da haben wir mehrere Games mitgekommen. Das ganze Bundle mit zwei PC-Spielen. Ne, es waren ein paar PC-Spiele und zwei Bücher. Zusammen 20 Euro. Aber es hat sich wirklich gelohnt, denn ich zeige euch gleich schon ein Highlight an Buch. Und zwar das Lösungsbuch zu Silent 4 The Room. Wie gesagt, das wird allein schon für 20 Euro gehandelt. Echt klasse. Und ebenso geil. Mafia 2. Auch ein tolles Lösungsbuch. Ja. Und allein dafür hat es sich gelohnt. Das ist das Deutsche. Hier sind sogar noch eigene Codes drin. Nicht schlecht. Obwohl, schmeiß ich weg. Das sieht dreckig aus. Ja, so ist es manchmal. Und für zwei Euro gab es auf dem gegenüberliegenden Stand das Lösungsbuch zu Red Dead Redemption 2. In Englisch, aber ich kann Englisch und mein Bruder auch. Also, und die sind echt schön gemacht. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Bücher. Ja. Und Lösungsbücher gehen immer, wenn man Gamer ist. So. Es lichtet sich so langsam. Nein, lichtet sich nicht. Es ist eine ganze Menge, was noch weiterkommt. Und jetzt komme ich mit Merchandise. Auf dem Fünf stand, der hatte Gläser. Und da waren zwei Gläser, die haben uns interessiert. Zusammen je zwei Euro. Ich habe es auf drei Euro runtergehandelt. Ja. Und einmal habe ich hier ein Flug der Karibik-Werbe-Glas mit dem Schädel aus Salasas Rache. Das war der fünfte. Das müsste der fünfte Film gewesen sein. Und das Glas, was auch noch unser Augenmerk erreicht hat, das ist jetzt von 2015. Ein Zelda mit Link. Wie gesagt, für 1,50 Euro fanden wir. Das mussten wir mitnehmen. War gar nicht so einfach. Wir waren ja noch mitten auf dem Flummarkt. Und wie verpackst du die sicher? Das war schon eine Herausforderung. Relativ früh am Anfang habe ich dann auch noch einen, ja, war ein Händler. Der hat aber auch so Stuff. Und der hatte ein paar Kartenspiele. Beziehungsweise da, und ich bin ja auch One Piece Fan. Und dann gab es da so eine Card Game Sets in Deutsch. Grand Line, Themendeck, Gesetzlose. Dann hier der König der Piraten. Das war schon offen. Das andere war sealed. Ebenso war offen. Ach, hab ich das doppelt? Habe ich sogar doppelt mitgenommen. Habe ich gar nicht so schnell gemerkt. König der Piraten doppelt. Das fühlt sich etwas leichter an als das. Naja, gut. Und noch ein zweites Grand Line-Themendeck. Mit einem anderen Motiv. Ja, also One Piece, wie gesagt, bin ich großer Fan. Und ja, ich bin jetzt kein Kartenspieler. Aber irgendwie hat mich das gereizt und habe ich es mitgenommen. Und mitgenommen auch das Kartenspiel-Deck von Star Wars. Poster, Playing Cards. Und das ist jetzt bespielt, aber da ist noch eine Karte drinnen. Und das ist jetzt, ja, Playing Cards des Joker, Zehner und sonst was. Und das sind jetzt alles Plakate. Ich gucke mal, es ist kurz so hier wie Empire Strikes Back. Auf der Rückseite ist jetzt hier auch die Rache des Sith. Das Originalplakat damals, zurück hier die Jedi-Ritter. Und auch hier haben wir ein wunderbares Plakat. Also richtig schön. Auch hier ein neues Hoffnungsplakat aus Schweden. Richtig cool. Ja, und wie gesagt, es gab es die Tabs für Zehnen. Und in dem Sinne habe ich, ja, 2 Euro pro Stück bezahlt. Der wollte erst 2 für 5 verkaufen. So, und dann habe ich gesagt, komm, eins mehr. Das wäre ja, 12, nee, ich wollte 3 das Stück haben. Und somit habe ich das auch runtergehandelt günstiger. Also ich habe mich gefreut. Ja, und bin ganz zufrieden damit. Außer, dass es jetzt doppelt ist, das ist mir nicht aufgefallen. Wie dem auch sei, es passiert. Ja, weiter geht es jetzt mit Filmen. Ich habe noch ein paar Filme gefunden. Ich habe sogar eine Videokassette mal wieder mitgenommen. Und zwar Der Wüstenplanet. Richtig geiles Artwork. Und ja, gab es so 1,50. Hier so eine Kleinigkeit. Hier so ein kleiner Aufkleberrest, den man jetzt nicht abkriegt, weil es jetzt eine Papphülle ist. Aber das ist ein schöner Hingucker. Macht sich gut. Na, bleibt stehen. Wie gesagt, Dune Der Wüstenplanet ist echt was Besonderes. Und dann gab es an einem Stand, da habe ich zwei Games, die seht ihr später gekauft, mit diesem Film. Ich weiß nicht, ich wollte hier zwei Euro, glaube ich, haben oder so. Ich habe für alles zusammen 5 Euro bezahlt. Und dabei war Box 1 mit Episoden 1 bis 25 der Teenage Mutten Ninja Turtles oder Hero Turtles, besser gesagt. Auf DVD, das konnte ich da nicht liegen lassen. Ja, und dann gibt es einen ganzen Stapel mit Filmen, die gefunden wurden. Die waren jetzt, die nächsten sind jetzt etwas teurer gewesen, die nächsten beiden. Die gab es zusammen, zwei Disney-Filme. Was waren die beiden zusammen? Ich glaube, ich habe 5 Euro bezahlt. Aber Disney geht immer. Und hier habe ich einmal Disney Schneewittchen. Dann Disney, die Schöne und das Biest. Wie gesagt, 2,50 Euro das Stück, das war okay. War relativ vor dem Anfang, da ist man ja noch manchmal ein bisschen mehr, damit man das Geld rausrückt. So, dann war eine, die wollte drei Filme verkaufen, drei Blu-Ray-Filme, egal welche Art. Und für 5 Euro. Und da haben wir dann auch drei gefunden. Unter anderem Smallville, die achte Staffel, noch Sealed. Wie gesagt, kann man sich ausrechnen. Die hat dann so, ich sag mal grob gesagt, 1,75 Euro etwa. Oder fast 2 Euro das Stück. So, dabei war auch Ip Man, Zero. Auch ein cooler Action-Film, so ein Samurai-History-Kampf-Film, richtig gut. Und den dritten, den wir uns aussuchen mussten, ja, Storm Hunters. Mit irgendeiner wichtigen Person dabei. Into the Storm heißt er im Original. Mit Sarah Wayne Callis, die auch in Walking Dead mitgespielt hat. Nächster Film, äh, ich will nicht gerade, ja, aber ich glaube es für 2 Euro. Ich bin jetzt nicht so ein großer Fan davon. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich liebe die Jim Knopf von Lukas. Ich habe mir gedacht, okay, komm, ich gebe ihm eine Chance für 2 Euro. Ich wollte ihn mir mal angucken. Es gibt ja inzwischen auch die Werte 13. Es ist ja mehr so nach der Augsburger Puppenkiste, als nach dem Buch verfilmt. Ja, ich habe gesagt, gut, ich gucke mir das einmal an. Und wie gesagt, Augsburger Puppenkiste ist noch immer mein Favorite. Damit bin ich aufgewachsen. Das mal ausprobieren, was hier wieder ist. Dann gab es noch, ich glaube, das war auch am gleichen Stand, auch 2 Euro. The Legend of the Red Reaper. Dämon, Hexe, Kriegerin. Wollte mein Brüderchen sehen. Ich habe keine Ahnung, kann dazu nicht viel sagen. Dann gefunden, ich glaube auch für 2 Euro, Disney's Cinderella, die Realverfilmung. Ansonsten hatte ich ja hier, nee, das ist schon was Schneewittchen, also in dem Sinne. Und einen Film, den mein Bruder immer wieder sehen wollte, aber irgendwie nicht hingekriegt hat, weil er immer zum Kaufen bei Amazon Prime oder sonst wo war. mit Lucas Till, der bekannt ist ja aus der MacGyver-Serie, der gewesen, der hat ja die Hauptrolle gespielt. Und Jason Momoa, unserem Aquaman, Bulls. Ja, sagt ja alles, der Wiffe. So, 2 Filme der Ninja-Reihe mit Scott Adkins. Kenne ich überhaupt nicht, aber mein Bruder meint, die sind ganz gut, also haben wir sie mitgenommen. Und ein Film, der wirklich ein Klassiker ist mittlerweile. Und den haben wir auch immer schon upgraden wollen. Den, den gab es glaube ich auch für 2 Euro. Und den gab es für, ich sag mal, wohl für 3 Euro. Wir haben ein ganzes Game-Bundle gekauft, aber wenn man das so sieht, bei dem, und da waren es dann für 3 Euro, kann man so sagen, etwa. The One mit Jet Li und Jason Statham. Ja, schönes Upgrade, weil wir haben die nur auf DVD, das musste sein. Ja, und jetzt könnt ihr euch schon freuen, jetzt geht es um Games. Wir haben wirklich einiges an Games gefunden. Wir hätten gerne eine Sache auf jeden Fall noch mehr mitgenommen. Und da waren wir etwas enttäuscht über die Preise. Wir haben etwas weiter versteckt. Einen Haushaltsauflöser gesehen. Auch kein Deutscher, aber der hatte, das spielt eigentlich keine Rolle, aber er war sehr festgefahren dann auch. Der hatte eine ganze Kiste in OVP, Super Nintendo-Spiele und NES-Spiele. Auch eine NES in OVP. Und die Spiele waren wie geleckt, wirklich top. sahen alle klasse aus. Auch große Big Boxen wie Super Metroid. Er hatte ein Super NES von Zelda, dieses Gold, richtig top. North and South hat uns gereizt. Und auch das Star Wars fürs NES. Ich hatte Pro Protector in der Hand. Wirklich sehr guter Zustand. Und ja, sehr guter Zustand waren leider auch seine Preise. Denn ich glaube, für das North and South wollte er 140 Euro haben. Dann wollte er 180 Euro haben für, was war das? Für das Star Wars fürs NES. Und er hatte nur alle so mega hohe Preise. Und ja, ich meine, kein Wunder. Wir waren, glaube ich, um 11 Uhr haben ihn entdeckt, dass er die Sachen noch immer hatte. Aber, ne. Das war doch ein kleiner Schock, das zu sehen, wie... Ich meine, ich weiß, sie sind nicht günstig. Und in dem Zustand auch top. Aber das waren schon verdammt hohe Preise. Und wenn ich die verlange, dann gehe ich doch nicht auf den Flumark. Er meinte, es war auch die ganze Kiste. Es waren so 30 Spiele. 30, könnte hinkommen. Für einen Tausender. Da hat man 1000 Euro auf dem Flumarkt. Und dann überlegst du es auch dreimal. Kannst ein Auto bald von kaufen. Naja, wie dem auch sei. Wir haben trotzdem Games gefunden. Nicht für 1000 Euro. Aber ein paar schöne. Und ich mache mir zwei Amiibos für je 5 Euro. Den Anfang. Auch ganz im okay Zustand. Ist noch geschlossen. Dr. Mario. Und hier habe ich noch Vario. Wie gesagt, zu je 5 Euro haben wir relativ früh am Anfang noch gefunden. Und ja. Kann man nichts gegen sagen. Also das geht. Das ist ja noch ein normaler Preis. So. Und jetzt habe ich zwei PC-Spiele. Die haben... Also ich werde jetzt wohl drei in Folge zeigen. Die haben wir alle mit dem Bundle, was ich gesagt habe. Wo war das? Ähm... Ach ja. Die Lösungsbücher, die beiden. Von Mafia 2 und von Silent Hill 4 The Room. Und ja. Da fange ich auch mit an. Dabei lag auch nämlich... Deswegen bin ich drauf gestoßen. Silent Hill 4 The Room für den PC. Auch in sehr gutem Zustand. Top mit Handbuch. Ich werde es jetzt nicht auf PC spielen. Aber wann findet man das? Und das ist für meine Sammlung echt was Schönes. Das musste sein. Komm mal hier hinlegen. Das ist sowieso alles zu viel. Und da hat er eine ganze Kiste voll mit PC-Pickboxen. Wir sind ja als PC-Spieler auch. Waren noch ein paar schöne Sachen dabei. Das Problem war, meistens war in den Boxen kein Handbuch. Es waren jetzt aber auch nicht so die Boxen, wo ich gesagt habe, die nehme ich hier dann auch leer mit. Aber zwei Special Editions haben wir dann doch mitgenommen. Und zwar einmal die Tropico 2, die Pirateninsel Special Edition. Und da ist wirklich alles noch dabei. Karte, Soundtrack, Handbuch und so weiter. So, guckt ihr seht. Also alles wirklich dabei. Noch eine Augenklappe. Also es ist wirklich hier alles locker drin. Hier seht ihr das Spiel. Dann sind hier die Pirateninsel. Also so ein Backgroundbuch. Hier ist nochmal ein Handbuch, ein dickeres, was ja gar nicht hier reinpasst in diese Hülle. Dann haben wir hier den Soundtrack. Ist auch drin. Die Postkarten. Auch so schöne Sachen. Und eine Augenklappe. Ganz wichtig. Die Augenklappe. Wirklich wichtig. Und wie gesagt, das gab es dann in dem ganzen Bundle mit 20 Euro. Das hört sich auch wieder viel an. Aber mit die Silent Hill Bücher, das Buch meine ich, das geht ja schon für den Preis weg. Also in dem Sinne nicht schlecht. Und dabei war auch noch diese Special Edition. Auch was Schönes. Rise and Fall Civil Isolations at War. Auch sehr schön. Und hier ist wirklich das T-Shirt noch dabei. Mal rüber. Platz da zum Hinlegen. Also hier ist wirklich das Spiel. Ob das funktioniert, weiß ich jetzt gar nicht. Es kann sein, dass es eine Steam-Anbindung braucht. Aber hier ist jetzt alles drin. Handbuch und Co. Alles dabei. Und hier haben wir noch mein offizielles Strategie-Guide, der dabei ist. Und hier haben wir auch so ein schönes T-Shirt mit dem Ganzen. Also deswegen die Specials sind noch dabei. Deswegen hat sich das auch für den Preis gelohnt. Ich gucke mal, ob noch was fehlt jetzt auf der Rückseite. Ob ich jetzt irgendwas übersehe. Strategie-Guide, T-Shirt. Kein Soundtrack und so weiter. Aber wie gesagt, gab es für 20 Euro. Und das fanden wir geil. Wieder ein tolles Wort dabei. Gut. Dann kommen wir weiter zu ein paar Games. Immer noch Games. Ja, wir haben eine ganze Menge Games. Also es hat sich wirklich gelohnt. Dann habe ich hier ein Stack in Sachen, was ich sagte ja, wo ich die Turtles gekauft habe für 5 Euro. Da waren zwei Spiele dabei. Einmal ist dabei gewesen auch Red Faction für die Playstation 2. Eigentlich hatten wir das nur auf dem PC. Und dann haben wir gedacht, ach komm, nimm wir nochmal mit. Für den Preis kann man nichts dagegen sagen. Dann haben wir was liegen gesehen. Einmal haben wir hier liegen gesehen, aber da ist ein Haken bei. Tailspin für das Megadrive. Im Endeffekt habe ich Tailspin schon. Aber uns fehlt das Handbuch. Eigentlich wollte ich mir das erst gar nicht angucken, weil man sieht ja, man hat es. Denkt man sich. Nun mache ich auf und es ist wirklich nur das Handbuch drin. Ja, und dann kam er ins Gespräch und dann wollte er nur 2 Euro dafür haben. Sonst habe ich jetzt zwar eine Hülle mehr, aber ich habe das Handbuch jetzt zum Komplettieren und für 2 Euro. Also manchmal muss man wirklich hingehen und sich das angucken. Ja, so. Ich habe so viel an Spielen, das macht auch Spaß, euch das zu zeigen. Fangen wir mal an mit dem Titel. Jetzt muss ich überlegen, was wir bezahlt haben. Mit einem anderen Spiel zusammen. Oh, was haben wir da bezahlt? Ich glaube, um die 25 Euro. Zusammen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches. Doch, doch. Das war ein Super Nintendo Spiel. Jetzt bin ich. Und zwar einmal das Super Nintendo Spiel Pushover. Das hatten wir noch gar nicht. Und dann haben wir gedacht, das kann man nichts zu sagen. Und zusammen mit Mystic Heroes von Kuai. Oder doch, von Kuai. Ist so ein RPG, was wir noch nicht hatten. Und ist auch im Traumzustand. Also wirklich sehr, sehr guter Zustand alles. Dabei. Ja, haben wir da mitgenommen. Ist jetzt nicht der mega teure Titel. Und deswegen, sage ich mal, waren es so vernünftige Normalpreise. Es war so ein leichter Privathändler, der sich ein bisschen spezialisiert hat. Seine Sammlung oder ein bisschen mehr. Man hat ja auch so ein bisschen was, wie ich ja auch irgendwann, zu verkaufen. Und hat dann eben halt gute Preise, das normal verkauft. Aber das hatte man noch nicht und noch nie gesehen. Und sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf den Titel gekommen. Also Mystic Heroes. Muss ich mal anspielen. Ich kenne es noch gar nicht. Wird bestimmt lustig. Ja, und dann Pushover. Pushover ist so ein Geschicklichkeitsklassiker. So ein bisschen, wie kann man sagen, so ein bisschen Domino umwerfen. Aber mit Hinternissen und Rätseln. Also lohnt sich. Habe ich erstmals auf dem Amiga gespielt und war wirklich da auch eine. Ja. Eine Freude. Kann man so sagen. Beziehungsweise, warte mal. Habe ich das? War das das Spiel? Nee, Pushover war gar nicht das Game. Ich habe noch ein anderes Super Nintendo Spiel gefunden. Super... Und das war nämlich dort... War Snowboard Kids. N64 ist das. N64. Snowboard Kids. Das war das, was ich gefunden hatte. Was für 25 Euro mit dem kam. Jetzt war es richtig. Pushover war beim anderen Deal. Ja, ich verwechsel schon die Sachen, weil das alles ja anders ist. Genau. Pushover. Das hat, glaube ich, auch um die 10 Euro oder 12 Euro wollte er haben. Das war ein teurer Deal mit 60 Euro. Das und noch ein anderes Spiel und eine Anleitung, weil das haben wir danach gekauft, Snowboard Kids. Denn ich hatte die Anleitung bei einem Stand gefunden, da haben wir dann etwa 3 Euro für bezahlt. Ja, und dann haben wir das eben halt mitgenommen. Aber worum es wirklich ging, und das ist schon ein echt teurer Titel, ist nur ein Modul für den Game Boy. Ja, ihr werdet sagen, oh, ist das teuer? Ja, das ist das teuerste, den hat mein Bruder gekauft, hat ihn sehr interessiert. Das ist auch ein Rollenspiel von Konami, Azo Dreams. Allein das Modul geht schon fast für 100 Euro weg, wenn wir richtig geguckt haben. Und da wollte er 50 Euro, ja, ich sage, ich gebe es zu. Aber doch dann im Vergleich, dass die Dinger teurer sind, war das doch schon etwas Günstigeres. Gut. Boah, jetzt. Es hört nicht auf mit Games, ich habe noch mehr. Komm, ich habe noch mehr. Es gab einen Stand, bei dem ich The One dabei hatte. Wir haben zusammen bei The One 28 Euro für vier Spiele plus die Blu-Ray bezahlt. Und ich habe jetzt so, wir waren bei 25 etwa zusammen bei den Games. Und zwar gab es diese vier Games. Das ist jetzt die englische Fassung, aber im Endeffekt ist ja hier bei Murdered, Soul Suspect auch die normale USK-Version drauf. Es ist jetzt nur englisches Backlay, oder englisches Cover. Wie gesagt, Murdered, Soul Suspect. Dann gab es dazu für die Xbox One Atari Flashback Classic William Two. Die hatten wir noch gar nicht, wir hatten nur Teil 1. Und mein Bruder suchte das noch, hatte das nicht, er hat das nur in der ersten Fassung, das ist für die 360. Assassin's Creed Rogue Remastered. Und auch noch dabei habe ich mitgenommen die Ezio Collection. Ja, es ist ein kopiertes Cover, denn ich habe es mitgenommen und das nicht unbedingt für mich, weil wir habe ich das schon. Es ist eine Promo drin. Die Assassin's Creed Ezio Collection Promo. Und mit Promos, da werde ich gleich euch noch ein paar zeigen. Ich habe noch ein paar weitere gefunden, denn ich habe einen guten Freund, der Assassin's Creed sammelt. Und ich hoffe, dass er Interesse daran hat. Vielleicht daran. Genau. Weiter geht es jetzt mit einem anderen Spiel. Das haben wir mitgenommen, weil es Uncut ist. Das ist die UK-Fassung auch. Haben wir eigentlich auch schon für die Playstation 3 das Spiel. Aber es ist ein Klassiker, das ist wirklich gut. The Darkness. Das ist die Uncut-Fassung. Gab es für 2 Euro. Da kann man das nicht liegen lassen, sage ich ganz ehrlich. Das sollte man nicht. So, weiter geht es. Mit was nehme ich weiter? Ein paar Spiele habe ich hier noch liegen. 2, 3 etwas teurere Titel auch noch. Aber waren es auch wert. Diese Promo von Alias für die Playstation 2. Der Jennifer Garner Serie. Die gab es mit dem Bundle mit dem Turtles DVD-Box und dem Red Faction. Also wie gesagt, für 5 Euro. Das waren die 3 Spiele. Kann ich auch sagen. Hat sich gelohnt. Dann habe ich bei einem Händler, der... Den sehen wir seit Jahren da. Also ich habe beim Händler was gefunden. Ich bin dann in den Playstation 1 Spielen durchgegangen. Ich habe hier ein Playstation 1 Spiel genannt. Aber unheimlich davon. Der hatte Super Nintendo-Boxen und NES-Boxen. Und die schönsten Spiele aller Welt aber so verkommen lassen. Durch Regen, durch Sonne. Die waren nur noch Matsch. Und er hat sie kauft sie immer noch zu Hochpreisen. Immer noch. Aber ich habe ein Playstation-Spiel gefunden, was ich noch nicht hatte. Und zwar Lagovinch, Commander Saar. Er wollte erst 5 haben. Ich habe ihn auf 3 runtergehandelt. Dadurch, dass die anderen alle sonnengebleicht waren. Die Spiele habe ich gesagt, komm mal, das hat doch schon Sonne gefangen. Das ist in Wirklichkeit blau. Kann man auch sehen. Das ist auch noch völlig in Ordnung. Das Cover ist nur ein bisschen locker irgendwie drin. Das ist alles. Ist auch so ein Third-Person-Spiel. Ich kenne es nicht. Hier steht ein aufregendes Spannung und Adventure. Aber ich mag die Figur, die Filme. Das ist auch hier ein Bild von dem Film. Lagovinch-Film. Die sind beide wirklich. Zwei Filme. Zwei. Kann ich euch beide empfehlen. Sind sehr verhaltsam. Ja, und wie gesagt, gab es für 3 Euro. Und besondere Titel nehme ich gerne mit. Und Playstation 1 werde ich auch noch beenden. Aber erst mal kommt was anderes. Und zwar habe ich an einem Stand Promos wieder gesehen. Das war ein ganz normaler Privattyp. Und der wollte 3 Euro pro Stück haben. Und da habe ich dann mitgenommen die Promo zu Titanfall 2 für Playstation 4. Die Promo für Need for Speed Playstation 4. Ich weiß gar nicht welches. Ob es ein Remaster, ein Remake ist. Weiß ich gar nicht. Aber Need for Speed ist immer interessant in dem Form. Und auch nicht für mich jetzt, weil ich es dann wohl abgeben werde. Assassin's Creed Revelations. Die Promo. Können Sie sehen. Für Playstation 3. Aber die Promo findet sich etwas seltener. Ja, das gab es für den. Und jetzt habe ich nur noch 2 Spiele. Dann habt ihr alles gesehen, was wir in knapp 5 Stunden Flohmarkt erbeutet haben. Ich glaube, das Einzige, was es nicht mehr gibt, ist die Nutella-Tasche. War so ein Nutella-Gebäck. Also, es war so ein, ja, ist das so eine Art Schmalzgebäck mit Nutella gefüllt. Was mein Bruder gegessen hat, das ist in seinem Magen verschwunden. Das ist das Einzige, was nicht mit nach Hause gekommen ist. So, aber jetzt kommen wir zu den letzten beiden Spielen. Zwei wirkliche Highlights. Das erste in einem wirklich Traumzustand. Sehr, sehr neu. Auch von einem, ja, aus privaten Händen. Deswegen war man auch fair, dass wir das bezahlt. 30 Euro wollte er haben. Mein Bruder suchte es seit langem. Ich weiß, das war mal wesentlich günstiger. Aber in einem sehr guten Zustand. Und zwar ist es Metal Gear Solid Special Missions. Es fehlt immer noch. Es ist also, ja, könnt ihr sehen. Top. Es hat eine Disc und Handbuch. Hat zwar eine zweite Disc drin, aber hier ist kein Inlay. Also es ist wirklich top. Und, ja, kann es sich sehen lassen. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Zustand. Die CD ist wie neu. Und das fehlt eben noch. Ja, wollte 30 für haben. Ist ja mittlerweile der Preis. Es gab mal Zeiten, haben die 10er gekostet. Das ist vorbei. Oder was soll's. Und ein Schnäppchen, den er noch gemacht hat zum Abschluss. Das ist das letzte, auch in Playstation 1 Spiel. Aber ein echt cooles, ein US-Spiel. Doom. In der Longbox. In der US-Land-Longbox. Doom 1. Richtig cool. Köstet sich auch sehen. Hier ist sogar noch das Styropor oder der Schaumstoff mit der CD. Also richtig gut. Und dann eben halt das Handbuch mit so ein bisschen, was wie so ein Poster aussieht. Also schön mit dem Motiv. Richtig cool. Kann man echt nicht sagen, das ist ein echt cooles Spiel. NTSC ist das zwar, aber egal. Die Longbox und das für 20 Euro, die geht ja wesentlich teurer weg. Das war echt ein kleiner Schnabber noch zum Ende. Das war auch ziemlich zum Ende, wo wir das gefunden haben. Ja, aber egal. Ich habe, wobei wir mir eine ganze Menge gefunden haben. Wahnsinn. Ja, jetzt wenn ich so meine Highlights, was picke ich als Highlight heraus? Ich muss ganz ehrlich sagen, auch das Silent Hill Lösungsbuch ist eins meiner Highlights. Die ganzen Promos, da muss ich sagen, egal welches, auch ob ich sie behalte oder nicht, sind echte Highlights. Weil man findet doch nicht immer diese Promos. Ja, das kann ich so sagen. Das sind wohl so die Highlights. Oder? Wie seht ihr das? Was ist da der Topfund bei euch? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Das ist vielleicht auch Dune, die Videokassette. Und schon dahingucker. Von dem 1984er Film. Das muss 1984 gewesen sein. Oder das Zelda-Glas. Richtig stabil, ist richtig schwer. Egal. Lasst mich wissen. Lasst uns diskutieren, was hat euch gefallen. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ach ja, liken. Gerne liken. Da freue ich mich drüber. Das zeigt, dass ihr es gesehen habt. Genau. Also, jetzt gibt es gleich noch ein paar Bilder von dem Einzelnen. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.